Scherben bringen Glück, je nachdem für welchen Aberglauben Du Dich entscheidest. Wolltest Du immer schon wissen, was jetzt wirklich stimmt, wenn wir Glas oder Spiegel zerbrechen? Die einen sagen, oje, sieben Jahre Pech, die anderen behaupten, Scherben bringen Glück. Diese beiden Interpretationen sind in unseren Breiten jedenfalls die, die am meisten verbreitet und am bekanntesten sind. Es kann sein, dass Du nur mit einer dieser Lesarten aufgewachsen bist. Diese hast Du dann vermutlich verinnerlicht. Aber es gibt, was das Verbrechen von kostbaren Gläsern oder wertvollen Spiegeln betrifft, noch eine ganze Reihe mehr an überlieferten Glaubenssätzen. Und diese möchten wir Dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Beginnen wir mit dem Negativbeispiel, das viele unserer Großeltern und Urgroßeltern mit ziemlicher Hartnäckigkeit und Vehemenz vertreten haben, zumindest die pessimistischen. Besonders das Zerbrechen von Spiegeln war früher eine große Sache. Sie waren Luxusgüter, sehr teuer und daher ein echter Verlust für jeden Haushalt, wenn sie zerbrochen sind. Der Glaube, dass nach dem Zerbersen eines Spiegels ganze sieben Jahre Pech folgen, hat seinen Ursprung im alten Rom. Damals waren die Menschen überzeugt davon, dass jeder Spiegel einen Teil der menschlichen Seele enthält. Wie sonst wäre es möglich, dass wir unser Spiegelbild darin sehen können? Zerbricht ein solcher Spiegel, erleidet unsere Seele unwiederbringlichen Schaden. Und das wirkt sich natürlich auf unser restliches Leben aus. Je wertvoller das Glas, das zerbrochen wurde, desto höher ist der Verlust, der diesem Haushalt droht. Fensterscheiben und kostbares Kristall etwa kündigen finanzielle Engpässe von beträchtlicher Höhe an, glaubt man dieser Version des Aberglaubens rund um zerbrochenes Glas. Eine weitere überlieferte Interpretation der Bedeutung von zerbrochenem Glas ist diese. Es verweist auf unmittelbar bevorstehende Veränderungen in diesem Haus. 4. Alles muss weichen, damit Neues entstehen kann Wenn Dir ein Glas aus der Hand fällt, kann das auch eine sehr tiefgründige spirituelle Botschaft für Dich beinhalten. Sehr oft im Leben müssen wir das Alte loslassen, damit etwas Neues Platz finden kann. 5. Schutz vor dem Bösen Scherben bringen definitiv dann Glück, wenn man dieser Überzeugung glaubt. Kristalle wie eine von Salz oder Heilsteinen stehen seit jeher in ihrem Ruf, Unheil von Häusern und Grundstücken abwehren zu können. Glas ist hier der Legende zufolge besonders effektiv, da das Böse dank seiner scharfen Kanten verlässlich zerstört und eliminiert wird. 6. Sinnbild für die Vergänglichkeit des Lebens Alles Gute und Schlechte im Leben ist vergänglich. Vor allem das Glück aber ist ein zerbrechliches Gut, das dementsprechend mit Ehrfurcht und Wertschätzung behandelt werden sollte. Bei jüdischen Hochzeiten ist es daher seit jeher braucht, dass der Bräutigam nach der Zeremonie ein in ein Stofftuch gehöltes Glas zerbricht. Dieses Ritual soll dem Brautpaar Glück bringen, es aber auch darin erinnern, wie vergänglich es sein kann. 7. Das Göttliche und Allerhöchste spricht zu Dir Eine der vielen Arten des Universums, mit uns Menschen in Kontakt zu treten, ist das Verlieren oder Zerbrechen von Gegenständen. Damit sollst Du zum Innehalten angeregt werden und Dir Gedanken darüber machen, ob der Weg, den Du beschritten hast, der richtige für Dich ist. 8. Höchste Zeit für Akzeptanz und Demut Wenn Du etwas zerbrichst, soll Dich das auch immer ein Stück weit Ergebenheit in den Lauf der Schicksals leeren. Du hast nicht immer die Kontrolle und manchmal müssen wir einsehen, dass nicht alles in unseren Händen liegt. Zerbrochenes Glas im Traum 1. Illusionen werden zerstört Wünsche gehen nicht in Erfüllung Träumst Du von berstenden Spiegeln und zerbrochenem Glas, kann Dir ein Aha-Erlebnis oder eine spontane Ernüchterung bevorstehen. Du siehst die Dinge klarer und Menschen so, wie sie wirklich sind. 2. Deine Verletzlichkeit wird Dir vor Augen geführt Manchmal kämpfen wir bei Tag nur, um im Traum mit ansehen zu müssen, dass wir nicht halb so stark sind, wie wir meinen. 3. Gefahr droht Dir und Deinen Liebsten Scherben im Traum können eine Warnung sein. Unglück steht ins Haus oder ein Mensch spielt ein falsches Spiel mit Dir. 4. Veränderungen stehen unmittelbar bevor Auch im Traum deuten Scherben und zerbrochene Spiegel manchmal auf Veränderungen hin. Betrachte sie als etwas Gutes, dann wird Gutes daraus erwachsen. Die Bedeutung von Scherben in der Lehre des Feng Shui Nr. 1. Negative Energie zieht ein Im Feng Shui wird zerbrochenes Glas üblicherweise als Zeichen von schlechter, negativer Energie angesehen. Man geht davon aus, dass zerbrochene Dinge den Fluss der Lebensenergie, des Ki, in unserem Zuhause stören, was zu Streit und Missklang führt. 5. Daher ist es in Japan beispielsweise üblich, zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren. Die Kunst des Kenzugi soll drohender Negativität etwas Wertvolles, Positives entgegensetzen. 6. Altes muss weichen, Menschen, die Dir nicht guttun, musst Du ziehen lassen Der Aberglaube und das Spirituelle spielen im Feng Shui ebenfalls eine große Rolle. Zerbricht jemand Glas oder einen Spiegel, ist unter Umständen Loslassen angezeigt. Man wird durch Missgeschicke wie diese darauf hingewiesen, sich die Menschen in seinem Umfeld ganz genau anzusehen. Damit positives Bestehen bleiben oder entstehen kann, muss das Negative und Unwürdige aus dem eigenen Leben verbannt werden. 3. Dein Leben wird einschneidende Veränderungen durchlaufen Auch als Orakel des zerbrochenes Glas im Feng Shui anzutreffen. Die Harmonie Deiner Lebensenergie wird dadurch gestört, was auf baldige, einschneidende Veränderungen hinweisen kann. Auch die Symbolik des Fließens ist wichtig, da alle Energie stets in Bewegung bleiben muss. Wer sich dem Flow, also dem Fluss des Lebens, verweigert, wird scheitern. Unser heutiges Fazit Was Dir Scherben bringen, Glück oder Unglück, liegt in Deinen Händen. Erfreulicherweise müssen wir die Antwort auf die Frage, was Scherben nun wirklich bringen, nicht dem Schicksal überlassen. Zwar spielen Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, immer eine Rolle in unserem Unterbewusstsein, aber selbst diese lebenslangen Begleiter können wir in die Wüste schicken, wenn uns ihre Botschaft nicht mehr gefällt. Freu Dich über zerbrochenes Glas, solange niemand dabei zu Schaden kommt. Es zeigt Dir, wie wandelbar das Leben ist und es hält Dir zeitgleich vor Augen, dass alles Gute nicht für immer dazu bestimmt ist, ein Teil von uns zu bleiben. Schätze das Glück, denn es kann jederzeit vorbei sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!